Ach, habe ich Bier bitte. Jawohl, Chef. Warte mal. Was ist denn das da? Das? Du zahlst mir einen 50er. Ich stelle dir drei Aufgaben. Und wenn du die schaffst, kriegst du das ganze Geld. Aha. Und was sind die drei Aufgaben? Nein, nein, Spezi. Erst mal deinen 50er her. Das will ich wissen. Als Erstes saufst 2 Liter Schnaps auf Ex ohne eine Mini zum Verzirken. Als Zweites gehst du zu meinem kranken Pitbull hinten raus. Und ziehst du ihm seinen kaputten Zahn. Und als Drittes verräumst du meine 95-jährige Nachbarin. Weil die hat noch nie in ihrem Leben guten Sex gehabt. Ja. Ja, mit den zwei Liter. Kein Problem. So, da hast du eine Schmeckerer-Schulbe. So. Das ist okay Wo hießen die Nachbarin mit ihrem kaputten Zahn?